Als Ameisenhalter werde ich oft gefragt, sitze ich den ganzen Tag davor und beobachte den ganzen Tag meine Ameisen hier, wie sie Zuckerwasser trinken oder wie sie durch die Gänge laufen oder wie sie eben in ihrem Nest rein und raus gehen. Ne, mache ich nicht. Ich denke, das ist auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die hier wirklich Spaß daran haben, jeden Tag reinzuschauen und die ganze Zeit das zu beobachten, wie die Ameisen irgendwie rumlaufen. Ihr seht, die Kolonie ist mittlerweile richtig groß geworden und ich brauche mittlerweile zwei Arenen dafür. Und ihr seht, da gibt es auch mittlerweile zwei Nester dafür. Die werden hin verbunden mit so einem Verbindungsstück. Naja, also zurück zum Thema. Ich gucke nicht jeden Tag rein. Ich gebe den Ameisen Zuckerwasser, ich gebe denen Mehlwürmer. Ich schaue, dass denen gut geht. Auch Wasser ist wichtig. Hier hinten haben sie nochmal einen extra Wassertrank. Aber nicht jeden Tag gibt es hier Aufmerksamkeit von mir. Ist auch gar nicht notwendig. Das Hobby ist total, sag ich mal, einfach, wenn man eine einfache regionale Art hat. Bei tropischen Ameisen und so weiter ist die Sache nochmal ein bisschen weiter.